Hello! Oh, das war zu Hook! Hat umgeschalten, sehr schön! Da ist der Hazard, hier ist der Hood, das bin ich. Ich bin Eva Longoria eigentlich in echt. Oder wie heißt die, Longoria? Die lange Eva, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, was machen wir gerade? Mal ein kleines Update hier auf Hook Bros Flash. Ja, ihr seht ja, wir richten hier gerade den Streamingrechner neu ein. Und ja, da ist gerade OBS am Start. Der Hazard sucht die Intros noch zusammen. Von Daily Nerd heißt ja unsere Streaming Show. Wenn wir mal was zocken. Ja, Hook Bros Flash, seht ihr ja schon, es kommen ja einige ältere Videos noch, oder ein paar neue. Also es ist eine ganze Mixtur aus allem kommt da rein, ja. Bei Hook Bros Flash. Und Hook Bros Nitro ist ja so, das erkläre ich jetzt mal kurz, wenn ihr gerade da seid. Absolut! Mein Gott, meine Frisur. Ja, Hook Bros Flash ist ja, ey, nee, Hook Bros Nitro, das wollte ich sagen, ist ja unser Filmkanal. Ja. Das bedeutet, da kommen nur die, ja, nur die Filme. Also keine Outtakes, keine Extras. Es sind rein nur die Filmsachen, wie zum Beispiel der Knochenbrecher, oder Braindead, oder die Effektdinger. Aber nichts anderes. Also, das ist mehr so für den Film genutzt, wenn alle sagen, ah, er will die ganzen Scheiß fressen von uns hier. Ja! Diese Vlogs nicht sehen und die ganze Outtakes und Behind-the-Scenes scheiße. Dann muss er auf Hook Bros Nitro gehen. Wenn das sind, äh, nur rein, ja, Filmsachen. Auf Hook Bros Flash wird's natürlich abgefahren. Da kommen auch andere Sachen, wie hier, äh, Lachflash, gerade von gestern von unserem, äh, Dr. Haas Dreharbeiten von 1999 oder so. Ja, das kommt natürlich nicht auf dem Hook Bros Nitro Kanal. Das hat ja nichts, äh, ihr versteht, auf was ich hier raus wollte. Manche wollen Magic-Szenen und manche wollen die echten, äh, wieder echten Hook Bros sehen. Äh, coolen Hook Bros. Ja, die coolen Hook Bros. Ja, die coolen Hook Bros. Oh, oh, oh. Nein, ja, das ist mehr... Also, Hook Bros Flash, äh, könnt ihr auf jeden Fall... Oh, fuck, hast du das aufgenommen? Abonnieren. Sehr geil. Ich muss mir das Hochdeutsch noch abgeschwätze. Abgeschwätze, Junge. Guck mal, hier hab ich hier, ich hab hier tatsächlich World of Warcraft hier, äh, denk ich gerade drüber nach, äh, äh, ich hab einen Toten... Die Totengräber. Die Totengräber? Nein, ich weiß nicht. Die Rasse weiß ich nicht, ne? Totenschlingel. Toten, äh, äh, Sch... Schleuder. Ja. Ja. Das ist straks. Das war's für heute, ja. Ja, das war's. Komisch, aber ja. So langsam, äh, kommt alles in die Gänge. Streaming-PC läuft wieder. Ja. Vielleicht find ich sogar die Intros hier und was. Ja, haha. Ja, also freut euch drauf, da geht's ab hier. Äh, äh, empfehlt doch diesen Kanal weiter, bitte. Absolut. Immer, äh, äh, abonnieren und so. Ihr wisst schon, ihr kennt die ganze, äh, Schose. Kenke-Schose, kenn ich. Tschüss. Macht's gut, bis bald. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja.